und schlief scheinbar seinen rausch aus sicher wenn ich meinen rausch aus schlaf den ich bisher noch nicht gehabt habe dann habe ich auch immer so kreuz in den augen gut von der haltung her wenn es vielleicht von einem bei einem hinkommen aber sonst jetzt haben wir münzen ich gehe mal kurz raus und der harvey wieder ich bin Bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Hä? War ein Witz. Ich bin einfach nur... tot... gefangen... im Limbus. Ist aber ganz lustig hier. Man kann in Störbildern erscheinen. Auf dem Friedhof Emos erschrecken. Ich wünschte trotzdem, ich hätte Geld für den Fährmann dabei. Aber, ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken. Sagen? Wieso Sammelbüchse? Hm, ja, 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 jetzt wissen wir's. Wir müssen... auf die Augen des Barmanns... äh, Münzen legen. Und Münzen... Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Ja. Okay, jetzt sind die Münzen weg. Das ist ja... das ist ja klasse. Ja, 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 ja. Rolf Zukowski. Konzert. Also, das hätten sie vielleicht irgendwie, dass man da gleich überspringen kann, weil... irgendwie ist ja... Und jetzt? Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, ja. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ja, also. Ich dachte, sie nimmt sie jetzt nicht, weil ihr... Na. Und ich habe das Scheißgefühl, wir kommen jetzt zu einem Minispiel. Ah, mein Dom macht ihren Einsatz. Was heißt, wo sie wir mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedel mit dem Schwand, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Fass dich dazu. Fünf Sekunden später. Au, Backe. Du bist hier mit Abstand, miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Ach, der Hund ist schön. Äh, der Hund ist schön. Der Hund ist geil. Ich habe mich gerade unauffällig anders hingesetzt. Mein Stuhl quietscht. Also das müsste da eigentlich gehört haben. Cashkau. Ach Mist, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir kein Geld mehr dabei. Ähm. Was machen wir jetzt? Können wir uns jetzt eine anzünden hier am Feuer? Rauchzeichen fällt mir doch gerade ein. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Ja. Ja, wie? Ich kann hier die Verbote nicht ausschalten. Ich will doch bloß die Zigarette anbrennen. Das waren... Diese Hunde pokerten mit Stil. Ja, das waren kubanische Hunde. Das ist... Schön für sie. Dieser blöde Stuhl da ist. Die Lehne fällt immer irgendwie so nach hinten. Also jetzt nicht, dass sie lose wäre oder so. Aber irgendwie... Hab ich das Gefühl? Naja. Ähm. Können wir die hier dann irgendwie anzünden? Lilly durfte keine Zeit vergolden. Schade. Es war das Einzige, in dem sie richtig gut war. Ja. Toll. Der Geier. Kann man vielleicht sowas? Ja, sicher. Was ist das? Sicher. Weil die jetzt auch angezündet hat. Weil die dieses Ding jetzt auch gleich angezündet hat. Das waren gerade... Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Materpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ähm. Das gerade... Ja. Okay, ähm. Was ich sagen wollte, dass dieses eine... Dieses eine Zeichen... Da sah... Das... So aus wie die... Striche, ne? Hm. Na, Internetverbindung. Wie soll ich sagen? Ja. Vom WLAN. Na, jeder, der WLAN benutzt... Sieht das. Die... Verbindung. Da. Ja, ist wurscht. Ähm. Wo steht Lilly eigentlich? Oh, wir sind er. Okay. Wo müssen wir hin? Alter! Was, wo? Ach, da oben. Ähm. Also, ich hab's auf jeden Fall jetzt schon mal so... Weit kapiert, dass... Wenn wir in eine Schienen... Abding... Ab... So ein Schienending reingehen... Dass wir da auch bei so einem Schienending rauskommen. Aber wo müssen wir da rauskommen? Was wird das da? Also... Ja. Ach, müssen wir da vielleicht rauskommen... Und dann hier den Weg weitergehen? Das kann sein. Ja, das... Das war... Und hier? Wie geht's da hin? Hier geht's da hin? Okay, das geht zurück. Das geht nicht... Das ist nicht random irgendwo hin. Oder müssen wir da hin? Ich weiß es nicht. Ja, ihr seht... Ich hab eine genaue Strategie... Nach der ich vorgehe. Toll. Ähm... Haha... Joaah! Wieder welches steht, was... Wo ich hin muss? Ob ich da hin muss oder da hinten hin? Ähm... Da oben ist nicht wer. Runter... Da ran. Achja, ja, geht ja. Mach es das. Aber okay, das ist... Schmarrn. Okay, wir machen jetzt runter. Noch eins runter. Okay, da kommen wir dann nach da hinten. Genau. Hier kommen wir da unten raus. Ja. Oh. Ja, sag ich doch. Ja, geht doch. Thanks. Der Schamane war schließlich am Materpfahl angekommen. Lily freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Ja. Ihr habt gerade da unten gesehen. Also ich glaube zumindest, dass es das mit aufnimmt. Dieses Achievement-Pfadfinder, glaube ich, ist es. Wo muss ich da jetzt hin? Hallo? Ja. Was denn? Ja, wo... Wie? Geht es vielleicht vom Westendorf aus hier irgendwo hin? Aber das kann es doch nicht sein. Ich muss jetzt irgendwie da hinten kommen. Oder übersehe ich da was. Ich habe das scheiß Gefühl, dass der Geier da nicht umsonst dran steht. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Uh-uh. Uh-uh. Dann putz dir mal die Zähne. Ja. Das ist... Das ist jetzt wohl... Kommen wir vielleicht über den Indianerfriedhof dahin. Was zum Teufel. Okay. Das ist... Unerwartet. Mom. Kurz AFK. Re. Kurz AFK. Ach, der Typ ist geil. Ja. Wait. Got it. Wigwampedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wak. Dämon aus der Mythologie der Anishinabe. Wendigo-Wak gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Wendigo-Wak gelten als nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wak. Das ist... Das ist doch mal. Autovervollständigung. Meinten Sie... Waffen gegen Wendigo-Wak? Nein. Wait. Gerade mal auf Tipi-Bay ersteigern. Bestell-Bestätigung ausdrucken? Ja. Nein. Cancel. Aha. Print. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wak. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist... Ich habe mir etwas über Appalach-Sohn bestellt. Es... Ähm... Ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Ja. Sollen wir noch über Rauchzeichen reden? Ja, reden wir noch über Rauchzeichen. Autovervollständigung. Meinten Sie... Rauchzeichen? Nein. Roffel. Das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich für einem Server arbeite, oder? Nein. Mit einem... Apache. Apache. Oh Gott, es will... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, zum Quacksalber. Rezept und hier. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Mhm. 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 Hier. Die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist. Ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Wenn wir das jetzt nicht machen. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Was? Hat... Der hat... Enthaarungscreme. Ich finde, die Musik ist doch ein bisschen leise. Oder habe ich bloß so leise gedreht? Äh, mein Mikro so leise. Enthaarungscreme. Scheint so... Äh, mein Mikro, man. Mein, ähm... Ähm... Nein. Noch. Ich hab das nicht bestellt. Da... Muss ein Irrtum vorliegen. Okay. Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Sicher. Du liest in der prallen Sonne, mein Freund. Hier. Hinten alles. Da sieht man sogar, wie die Sonne drauf scheint auf dich. Du... musst schwitzen. Aber naja. Enthaarungscreme. Sollen wir jetzt vielleicht mal die Cashkau drauf schmieren? Ne, 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 der Cashkau. Nicht der Sorte-Tasche. Hey!